Liebe Freunde, endlich ist es wieder soweit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1. Mit mir den Basti. Guten Tag. Ich hab's hingekriegt, dass es wieder besser läuft. Oh Gott. Ist auf jeden Fall wieder schön, hier zu sein. So, bin ich mal gespannt, wie die erste Runde wieder laufen wird. So, nee, nee, nee. Shit, wir müssen jetzt erstmal in eine kleine Lage... Oh fuck. Oh shit, alles klar. Okay, lassen wir das. Das hat nicht funktioniert. Ich dachte, sie wurde jetzt von der Panzerabwehrgranate gekillt und nicht von dem Sniper da hinten durch die Wand geschossen hat. Naja, ist ja egal. Ist ja auch egal. So, A holen wir uns jetzt wieder. Ich muss schon wieder reinkommen ins Spiel. Ach, hör auf. Ich mein, das war grad nubig, dass ich jetzt meine Waffe direkt leer geschossen hab, ne? Weißt du was? Ach so, der sitzt nur im Flugzeug rum. Ja gut, schade. Egal. Auf jeden Fall bin ich jetzt froh, dass es vernünftig läuft. Und wir haben wirklich so gut wie alle Punkte verloren. Oh, da kommt er runter. So, wir holen uns jetzt glaube ich C. C ging ich immer ganz gut. Das schießen muss ich mir auch gewöhnen. Nee, Battlefield 4 ging so fix mit allem. Ups, ne. So, wo sind sie jetzt? Sind sie auch hier runtergerannt, oder nicht? Ja, also. Der ist drin, oder? Nee, ist der nicht. Ah, verdammt. Schade. Schade, schade Schokolade. Aber man gewöhnt sich langsam wieder an die Sache. Nee, ich will nicht ins Flugzeug. Jetzt verdammt noch Matteo. Oh, nein. Immer weg. Double Kill. Nice. So, wie sich das gehört. Aua. Was ist das? Armored Train. Ja, wenn wir es schaffen, wäre natürlich richtig nice. Lass mich rein da. Nee, geht nicht. Lass mir ran da, denn sie will, ja. Not nicht. Ich muss auch sagen, ich bin tiefenentspannt. Jetzt ist er angekommen. Scheiße. Diff war schlecht. Upsala. Ach, da ist er. Okay. Cool. Ich bin tiefenentspannt. Ich habe gar nicht so das Verlangen rumzuschreien. Nee, ich bin richtig ruhig. Alles ist schön. Alles ist schön. Alle sind nett. Voll gut. Ich muss sagen, ich bin selten so entspannt. Guck, der habe ich nicht mal gesehen. So entspannt bin ich. Da steht Sniper. Den hätte ich gerne. Mein Auge juckt. Okay. Nein, ich wusste es. Ah, hör auf, ey. Snape dir da oben runter. Komm, ich komme von... Ach komm, wir verteilen den Gast. Ach, okay. Dich habe ich gesehen, Junge. Heute nicht. Loll, loll, loll. Dich habe ich nicht gesehen. Ist auch hier gerade... Es ist halt ein bisschen Kacke mit dem Licht. Nee, ich habe hier die Softboxen. Ich sehe gerade nicht so viel. Wir müssen uns mal hier erstmal vernünftig hinsetzen. Ja, so, so. Mikro hier hin. Komplett Setup umbauen. Ja. Das war einfach nur noobig. Na, mit 1950s, Mr. House Party. Aber auch nicht so toll. So, D holen wir uns jetzt wieder. E haben wir. Dann holen wir uns jetzt mal E. Buch. Nicht von hinten. So. Nein. Ach komm. Ja, der wollte mich nämlich vorhin, wenn ich nicht stehen kann. Oh shit. Komm, wenn ich lag, den ich gewinne. Wo ist er denn? Oh scheiße. Das ist unser... Ammunition für dich. ...Tower gerade drauf gegangen. Schlägt ihr nicht mehr ein? Frech. Okay. Aber ich muss sagen, wir haben uns doch ganz schön... Wir haben uns ganz gut... ...begrabbelt wieder. Wenn gut, unser Pilot ist noob, aber... ...spitze machen. Was willst du tun? So. Komm schon, holt euch E. Ihr wollt es. Ihr kriegt es. We are losing. Alter. Du schießt ganz schön frech. Ja, was soll das denn? Vor allem liegt ja da hinten auch nur rum, der kleine scheiß Camper da. Ja. Loll, ich wollt grad sagen. Ich hab dem Header und, äh, weiß Gott, viel, viel Damage gedrückt. Also, wenn der jetzt nicht zählt, dann weiß ich aber auch nicht. Bin neutral wieder. Kann ja, wo die angehen hier. Das war gut. Go, go! Holy shit. Ich bin jetzt erschrocken. So, ab nach E. Oh, schau. Das war's. Oh, ist aber heute eine ganz schön kurze Folge. Na, ich wollt ja auch nur nochmal reinschauen, ob's jetzt funktioniert. Also, Testfolge bestanden. Ähm. Ich würd sagen, ab nächster Woche geht's dann wieder richtig los. Ich bedanke mich rechtlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt Spaß mit der kurzen Folge. Wie gesagt, nächste Woche wieder normal. Von Anfang an. Also, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Und das war's. So heißt,